Hey, wenn du eine Ausbildung zu school richtig anpacken kannst, dann bleib dran. Mein erster Aindruck war, dass die Kollegen alle nett sind, man gut behandelt wird und die Arbeit auch Spaß macht. Wenn man direkt einfach ein Problem hat, dann gehe ich halt zu einem Kollegen und der erklärt mir das dann. Das ist eigentlich ein sehr gutes Miteinander. Wir sind hier an der Schröder und hier werden unsere Teile gepackert. So sehen die aus. Die kommen dann hier rein. Am Ende sehen die so aus. Hier sind wir am Nippler. Hier werden die Bleche ausgestanzt. Jetzt fett die Teile einmal runter auf die Palette und dann kommt die neue Tafel wieder rauf. Jetzt läuft das wieder eine Weile. Dann geht da ganz viel Spaß und vorn los. Zwischen uns Azubis ist das eher mehr auf einer Kumpelbasis und wir machen auch viel Spaß miteinander. Ja, wir machen auch Späße. Späße gehören dazu. Als Konstruktionsmechaniker habe ich täglich mit Metall zu tun. Wir schweißen, bohren und bedienen die Maschinen. Wir bekommen Fahrgeld, Bücher und werden regelmäßig auf Lagerungen geschickt. Bei erfolgreichem Abschluss deiner Ausbildung wirst du übernommen und kannst dich stetig weiterbilden. Und ich arbeite in einem tollen Team. Und wir arbeiten in einem tollen Team. Komm zu Schrag!